Hallo mit dir, den schönen Widersatz zu Minecraft. Ich merke gerade bei mir so ein bisschen laut. Ich weiß nicht, wie es mit der Musik heute ist. Bitte schreibt es mal unten in die Kommentare. Ist es laut oder ist es leise? Weil dann... Ich ziehe das nochmal. So... Ich weiß jetzt heute überhaupt nicht, was wir heute machen. Manchmal schauen wir in Formen. Aber das meiste, was wir irgendwie brauchen, ist alles, was man irgendwie noch näher zeigt. Irgendwie so näher... Quarz oder so brauchen. Boah... Dauert noch ein bisschen, das jetzt mal so. Wir nehmen jetzt einmal das Eisen-Other. Also ich probiere gerade momentan, ob... wie das mit dem Force-Loading da ist. Force-Loading... Also ich glaube, dass es jetzt besser funktioniert. Aber ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Äh... Settings... Wenn ich da vielleicht irgendwelche... Ähm... Tipps oder gerne mal einschreiben... ... 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 wie er holt und so und ja ist noch mal dabei ich zeige mir kurz noch gerne mal schauen magma block kann man den herstellen gut das käme jetzt glaube ich was soll jetzt überall davor sein oder nicht also das ziel nix also die nächste zeit ist einfach mal das lach ein bisschen nach vorne bringen ich weiß ich habe jetzt gestern und so jetzt auch nicht geschafft dass ich wirklich viel mache ich habe einfach zu hause viel zu tun so oder wir sind nicht meistens praktisch sondern meistens eher von jahr damit haben wir mit cobblestone haben wir heute einfach so frage ich mich gerade ich würde gerne auch mal ein minecart vom verlassen das muss ich dann ausladen weil ich mich jetzt nicht 5 milliarden dings machen oder müsste man das erst ausprobieren ich glaube da gehen wir jetzt mal schnell in die andere weite das muss ich mir nicht von unten unser lager eine und das ausprobieren und man sagt die ob das damit eine maschine ausprobiert wo man sie dann ganz vergessen ja genau das sieht man das übrigens der heute ist ausprobiert so jetzt probieren wir mal was anders ich weiß ja jetzt nicht wie das ist wenn man sagt ich möchte hierher gehören äh nein das ist ja nicht da fällt mir gerade ein A da muss ich ja über der hopper sitzen ne das fällt mir jetzt erst auf das fällt mir jetzt erst auf äh da muss ich wenn wir ganz kurz überlegen ne ja schon wieder eben wo bin da 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 das ist einfach kann das eventuell ein bisschen schläger gehen ne schaut schon so aus bei down setzen wir doch natürlich die Kisten her stimmt, kann ich einfach so machen ich hätte einfach Filme machen können, aber egal Woah wir müssen gleich nochmal F highlightern eventuell bauen wir das wahrscheinlich eh nochmal no Ok, dann setzen wir jetzt erstmal ein bissel Dingens, äh, 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 Licht. Ich verstehe jetzt einfach echt nicht, wieso man das auf Leuchtstein umhändert. Nur weil es auf Deutsch so heißt. Ich glaube, ich habe das da mal geklemmt, nur mal so. Weil es Testwert ist und so. Ähm, ja, ich nehme mich einfach da jetzt mal mit, weil, ich weiß, das zum Bauen, das ist ja dann sowieso lame, wenn wir das so anschauen. Ähm, das ist das, dann brauche ich Schienen zum Ausprobieren. Die Frage ist halt, ich werde höchstwahrscheinlich irgendwie so Ding bauen müssen, dass das anders läuft. Ich werde nochmal überall, wo es sei, die Verletzung, wenn nicht vor außen sei. Mach ich mir das mal schnell zu. Ich habe jetzt mal so geglaubt, dass das funktionieren würde an sich. Weil, äh, kann schon hihauen. Ich weiß jetzt bloß nicht, den wir, den wir wahrscheinlich so ohne her, oder? Den wir mal so ohne her. Bereits bloß mal an Omboss, fällt mir rein. Omboss. Ich weiß nicht, dass ich da was Sachen umbenennen kann. Äh. Ich weiß nicht, dass die dann anders vor außen, äh, gingen die halt dann nur mal am Ding. Wo war jetzt das? Wo war jetzt das? Wo war jetzt das mit dem Filter gleich nochmal? Muss man dann nur ins Heer gehen? Äh. Nein, das war Filter, Filter, ja. Irgendwie so war das. Auf Filter, auf den Filter. Äh, na, das Trichter. Wo. Auf nix geht. Irgendwie so. Irgendwie so. I hate it. Das war. Oh, wie war jetzt das wieder? Ähm. Ich hab mir das so machen können. Na, wei. Dann hat es wieder nicht gehe. Okay, ich schaue mal ganz kurz so und dann höre ich gleich nochmal dazu. So, ich werde jetzt ein bisschen rumprobiert in der Testwelt und so und ich glaube, das müssen wir einfach mal ein bisschen entspannter nochmal angehen. Das ist alles nochmal ein bisschen umbauen. Wenn wir das wirklich so sortiermäßig machen müssen. Äh, das ist alles automatisch sortiert. Äh, das ist echt doof einfach. Entweder braucht man Komparator, dass man Ping sperren kann oder man braucht Doris oder dies da oder Doris. Ja, ich hab gemeint, das kann man auch ohne das alles machen. Ich bin mir sicher gewesen, dass das so auch gegangen ist. Oder nicht? Schock mal, Gott, hab ich nicht ein paar. Da mal. Da mal ein paar Trichter. Da haben wir noch nicht mehr Trichterbäude. Was jetzt? Draußen halt, ja. Also. Wenn ich sage, ich habe Dorukästen, Dorukästen. Jetzt sind wir mal die da weg. Einfach nur, dass wir das Prinzip mal so ein bisschen schauen können. Hier Dorukästen. Und dann der mal. So ein Filterding. Jetzt soll ich da. Ja, jetzt geht es schon wieder gar nicht. Jetzt ist es schon wieder. Nein. Oder mindestens nur one. Minimum. Jetzt kommt jeder Kisten. Jetzt kommt jeder Kisten. Prost. Also, dies kommt weg, dies kommt weg, dies kommt weg, da machen wir jetzt mal zu. Kann ich das jetzt irgendwie simpler machen? Das geht einfach nur da und da und so. Das muss doch irgendwie gehen, das ist nicht so mega... Ah, weil es ohne Komparator das nicht messen kann. Das ist das Problem. Ich war mir sicher, dass das ohne auch geht. Ich habe sowas schon mal gebaut ohne. Ich weiß bloß noch mal bei was. Ich war das jetzt halt noch mal. Wenn ich das so mache, geht das nicht. Ich weiß nicht, dass das so funktioniert. Ich weiß nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube, dass mein Hirn einfach nicht gemacht hat. Ich habe gerade momentan einfach viel zu wenig Wurzeln gemacht in der letzten Zeit. Ich muss da jetzt mal kurz ein bisschen buddeln und dann überlegen nebenbei, wie wir das machen könnten. Und wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Boah ey, schwierig. Aber wie soll das funktionieren? Ich weiß ja, wie es funktionieren. Damit Kompensatoren oder wie das heißt. Das Zeug. Zum Netter Quarz. Ich habe alles gerade ausprobiert. Bringt man ja nichts, weil ich nicht im Netter unten war. Ich wollte erst ein bisschen verzaubert sein, bevor ich aufgehe. Das ist echt weird, irgendwie. Wie war das jetzt? Also wenn ich das so mache, dann muss ich immer den... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich glaube zumindest. Okay, jetzt gehen wir noch mal kurz in den Testwelt um. Ich werde das Hobels ja. Dass ich Sauen ausprobieren kann. Maschinen-Test ist sinnvoll, oder? Ich habe jetzt gerade ein bisschen rumgekackt. Dann zeig dir aber ein bisschen was ausprobiert. Okay. Also. Sagen wir mal... Ich habe da... Kisten. Ganz kurz, ich muss kurz mit dem Pulli ausziehen. So. Ich nehme nur die Kisten. Dann nehmen wir schnell mal das Fass. Ich möchte es mal ganz kurz genauso machen, wie wir es jetzt gerade haben. So. Das ist fast so. Das ist so. So. Oh. Daumen. Die Frage ist. Wie haben wir das so? So. 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 macht man doch mal stufen her stufen kann man noch mal draufsetzen ich wollte es jetzt ist es war braucht das wie diese ausschaut ich brauche keinen bedruck steinkohle wo ist jetzt meine gebilderung also war maschinen erst mal den und dann kann man noch bis dort wieder ich frage mir bei einer sache wie genau zum beispiel ist wie kann man das irgendwie machen dass man sagt wenn jetzt ein minecraft von was das ist mehrere gänge hätte das ist genau was auch deutschland okay das verstehen wir uns und da müsste die jetzt so von jetzt ist also muss mindestens ohrenblock loslassen zwischen die dinge hallo ist jetzt verarschen ich finde mal auf den ding drauf drückt ich bin doch komplett trauen leider noch mal zwei vier die aufbauen einfach nur aus testen dass ich das bissl ausprobieren kann zwischendurch kann man mal hier so dann und mir einmal er ist weit wieder komparator ding war schon klar das wissen wir schon leider ist es ist es mein stoff blubb und einmal kupfer blubb ist ein bisschen besser so ich habe immer noch eine andere NOOOOO 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 so ich habe immer wieder ein Repeater reike die richtung und über der fackel her käme so das ist das problem wir müssen aber den jetzt sperren was müssen wir uns weiter aufsetzen jetzt mal beim ersten ich habe den jetzt gesperr gehabt bei dem anderen wieder Das war so. Ah, das war so. Genau, da war unten die Fakulimitierung. Stimmt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, wie können wir das anders regeln? Ich glaube, wir müssen doch nicht mehr so extrem herum bauen. Ich glaube, dass das so anders eignet. Und jetzt so. Und jetzt so. Was ist das da unten? Fakul oder so. Dann muss das auch gespielt sein. Bis er reicht, ne? Jo. Genau. Genau. Aber dann ist es halt da. Wieso sieht es aus? Hä? Hä? Schick das mal. Warte. Hä? Jetzt ist es wieder oben. Warte mal, was sollst du? Ah, jetzt weiß ich mal. Ah, okay. Jetzt brauchen wir Fildory, Fildoro. Wenn wir das jetzt zusammenbauen, dann das wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Und jetzt so. Ich bau da jetzt gleich mal das gleiche her. Wird das dann trotzdem. Fildo. Einfach nur aus Interesse holen, ne? Bei dir sitzt. Ich brauche dann allgemein weniger Zeug. Aber ich glaube, dass das dann trotzdem Power ist wegen dem da. so. So. Oh. Achso. Ich weiß nicht. Das kann nicht Power sein. Also. man muss dann mit beiden was drin sein. also wir müssen immer am platz lassen zwischen die kisten. ist jetzt glaube ich nicht zum problem. aber dann können wir auch chilliger bauen. kann man natürlich vielleicht hopper dukt es wieder mit ein, weil die habe ich jetzt anscheinend auszutun. ich habe es nicht so gut, dass die Kisten funktioniert. die Kisten ist toll. ich habe es nicht so gut, dass ich die Kisten nicht so gut mache. ich habe es nicht so gut, dass ich hier nicht so gut mache. so einfach mal so das ist natürlich ist natürlich blöd jetzt mal ja das ist natürlich das was wir jetzt nicht brauchen können das ist halt jetzt doof also wenn wir es so haben können wir nicht anlassen haben ein Ding nicht an dann sortiert er zwar ein aber dann kann er nicht weiterfahren wenn er es jetzt nicht dabei hätte ist es ein Problem und ich denke es funktioniert so ich müsste eventuell doch auf das Wort richtig gehen man sagt so jo der ohne ist filtery filtery filtro und dann gehen wir da so jetzt gehen wir einfach mal nur auf jetzt müssen wir uns hier ne wie vorher schon gemacht habe das brauchen wir nicht das sehen wir so äh die Focke geht durch ja ich möchte nur Burschinen herbern Das ist kein Intervieres Problem, nicht. Vor allem, ich kann einen Trichter nicht. Ich muss hier ein Ding bauen. Wo ist das? Das war so, oder? Das war so, dass das Oma den Ort wird. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ich habe drei Trichter. Nur um das zu funktionieren. Minimum drei Trichter. Das ist ein Ding. Das ist jetzt sowieso bloß Beispielding. Das ist ein Ding, ne? Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Deswegen weißt, wo er hinterher geht. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das sind die Kinder. Das ist ein Ding. Der Illetrag. Ich glaube das war mit 200. Wohin ist das dann auf 15 aufs Signal stecken, ne? Irgendwie so wird das dann sein, weil es ja auch fockel ist. Das ist das Problem glaube ich. Im Komparator kommt bloß das auch. Kann ich das einfach seitlich abschließen und dann... Ich ist blöd. Das ist doch nicht so was tut. Ich schau es mir nun mal an. Ich versuch das noch mal irgendwie zu bringen. Vielleicht finde ich eine Lösung selber. Vielleicht brauche ich auch Hilfe. Vielleicht brauche ich auch das Internet als Hilfe. Aber wir werden ja schon irgendwie so automatisiert das Lager hinterholen. Ich finde es halt doof wenn es lauter hopper hier ist. Weil es ist so viel Verschwendung an Zeig einfach. Und es ist auch so lame einfach. Deswegen schauen wir beim nächsten Mal wie es ausgeht. Oder was wir machen. Wie wir es machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.